Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Battlefield 1 Video auf meinem Channel. Heute habe ich eine coole und interessante Community Mission für euch, die ich euch natürlich nicht in vorhalten möchte. Und zwar müsst ihr hier einfach unter Community Mission gehen unter dem Battlefield 1 Menü und dort findet ihr eine Community Mission die heißt Hashtag FNBF Zurück zu den Wurzeln Missionen. Erziele 300 Kills mit Kammerverschlussgewehren. Wenn du das in innerhalb von 2 Tagen schaffst, kriegst du eine ganz besondere Belohnung. Und zwar ist es nichts anderes als die berühmte Erkennungsmarke Battlefield FNB. Das Doctag momentan sehr beliebt ist in der Community, vor allem im Battlefield allgemein und auch sehr beheißt ist natürlich das Doctag zu bekommen. Die Doctag bekommt man normalerweise nur bei den FNB-Doctag Events aber jetzt habt ihr die Chance natürlich hier selbstständig dieses Doctag freizuschalten. Das heißt, ihr müsst einfach 300 Kills mit dem Kammerverschlussgewehre machen in innerhalb von 2 Tagen und dann könnt ihr auf diesen Belohnung einlösen, drücken, euch das Doctag snacken. Ich hoffe euch hat das Infovideo gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen noch um da. Lasst mich doch wissen, ob euch das heute geholfen hat. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Hier ist nochmal 2 andere Videos verlinkt. Vielleicht habt ihr da Interesse und was verpasst. Sonst würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Viel Spaß bei den Community-Missionen. Haut rein Leute. Ciao.